Wir sind Magda und Thomas. Wir haben die Ehre, vier wunderbare Jungs in ihrem Leben zu begleiten. Außerdem gibt es da noch unseren schon des älteren Hund Tao, der unsere Familie komplett macht. Wir reisen in unserem wunderschönen Haus durch die Welt. Schwer zu sagen, ob wir vor etwas flüchten oder eher etwas suchen. Zumindest haben wir uns auf den Weg gemacht, um alte und nicht mehr dienliche Strukturen zurückzulassen und um uns selber ein Stück näher zu kommen. Wir entdecken auf unserer Reise wunderbare Orte, die uns zum Staunen bringen. Und in dieser einzigartigen Natur begegnen wir auch uns selbst als Teil dieser Göttlichkeit. Wir legen viel Wert auf nährstoffreiche und natürliche Nahrung und einen achtsamen Umgang mit unseren Kindern. Unsere Ausbildungen als Lehrerin, Montessori-Pädagogin, Family Lab-Trainerin, Mikronährstoff-Coach, Alpin-Pädagoge und Bergwanderführer helfen uns auf unserem Lebensweg. Mit unseren Videos und Beiträgen möchten wir Dich gerne mitnehmen auf unsere Reise durch diese wunderbare Welt und zu uns selbst. Schön, dass es Dich gibt!